Dort gibt es alles, die in der Halle, die sich so aufhören, dass man sich auch gut auf Handy anguckt hat. Und wir sehen uns zu einem letzten Film. Wir sehen uns zu einem guten Abend. 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 Zwei saubere Personen. Die hat er jetzt auch bei 4,85 Meter. Erst war es Markus Röder vom OSZ Berlin.